Das Internet. Eine Universum voller Überraschung. Herzlich willkommen zu Folge 6. Heute wieder eine neue Seite, die wie immer sehr nutzlos ist. Seiten, die die Welt nicht braucht. Folge 6. Was habe ich heute für euch rausgesucht? Ich zeig sofort die Seite heißt R33B.net. Schauen wir das an. Ich habe hier einen Frosch, der die ganze Zeit versucht mir was zu sagen. All glory to the Hypnoti. Diese Seite macht nicht anders. Ist, ja, ganz kurz und schmerzlos den Frosch. Und wenn man ein bisschen länger in die Augen schaut, dann wird wirklich hypnotisiert. Ich fühle mich wirklich hypnotisiert. Gut. Auch für heute. Ja, Entschuldigung. Der Frosch macht echt... Ja, danke für die Schau heute ganz schnell. Alle Seiten, die die Seite, die die Welt nicht braucht, ich mach da aus. So, danke. Bis zum nächsten Mal.